Sein neues Aufgabengebiet ist mindestens genauso zeitaufwendig wie der Trainerjob. Bis zu 14 Stunden am Tag kümmert sich Holger Stanislavski um seinen Supermarkt und den jetzt beginnenden Umbau. Filialleiter statt Fußballlehrer. Vom Fußballtrainer zum Supermarktchef. Entstanden, weil? Ich habe zu viel Zeit gehabt, nein. Nein, nein. Also ich bin ja immer jemand, der gerne auch so ein bisschen abseits des Fußballs sich das eine oder andere immer mal durch den Kopf gehen lässt. Das ist nicht nur ein Invest, was man tätigt, sondern es ist auch das, dass man sagt, das interessiert einen auch, weil ich gehe selber gerne einkaufen. Und deshalb sprudelt Stani wie schon als Trainer vor lauter Ideen. Wir werden anfangen, so ein kleines eigenes Fleischprogramm zu machen, dass wir möglichst sehr aus Norddeutschland gewisse Dinge auch nur beziehen, was Schweine- und Rindfleisch betrifft. Gerade der Kunde, der Bio kauft, möchte eben ganz gerne vieles ohne Plastik haben und das wollen wir versuchen, dem Kunden natürlich auch möglich zu machen. Wir werden eine eigene Ruhezone nachher auch haben und wo wir dann eben auch durchaus die Möglichkeit schaffen, dass wir ältere Menschen sich auch mal hinsetzen können. Man merkt sofort, seinen neuen Job geht er genauso an wie seinen ehemaligen voller Tatendrang. Und diese Leidenschaft, die er da mitgebracht hat, auch von der Trainerbank, was man immer aus dem Fernseher nur gekannt hat, das hat man dann wirklich live hier auch bei uns dann gespürt. Hoch engagiert, immer hier und nimmt alles auf und ist also wirklich sensationell, macht eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ich als langjähriger Kunde habe ihn ja neulich mal besucht im Markt und da hat er mir direkt drei, vier Stunden Vortrag gehalten, was er alles vorhat und so weiter. Also da sieht man, dass er wirklich mit dem Herzen dabei ist. Sein letztes Trainerengagement in Köln endete im Mai 2013. Danach nahm sich Holger Stanislavski eine Auszeit, tauchte für die Medien ab und sah sich plötzlich mit Burnout-Gerüchten und noch mehr konfrontiert. Darüber ärgert er sich bis heute. Völlig unverständlich für mich, weil nur weil man nicht mehr jeden Tag vor irgendeiner Kamera steht oder sich in irgendeiner Zeitung zu sämtlichen Müll, auch der im Fußball ja oft auch transportiert wird, nicht mehr zu äußert, leidet man nicht irgendwie an Burnout oder an Depressionen. Es sterben Menschen an Depressionen und da sollte sich jeder Journalist dann auch ein Stück weit seiner Sorgfaltspflicht mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, dass man mit solchen Begriffen, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man sie tunlichst sein lassen. Jetzt ist er also wieder da, im Supermarkt. Eine Entscheidung, die viele komplett überraschte, die, die ihn seit Jahren kennen, aber nicht wirklich. Als wir in Paderborn gespielt haben im Winter, wo draußen 20 Zentimeter Schnee lagen und ich nach dem Warmmachen reinkomme und der Mann auf den Alukisten steht und an einer imaginären Stange tanzt, wie bei Susi in der Showbar, da sage ich dir ganz ehrlich, also da überrascht mich bei Holger gar nichts mehr. Wenn er irgendwas anpackt, dann immer nur mit vollem Herzen und mit 100 Prozent. Alles andere würde er gar nicht machen und der hat da jetzt, glaube ich, 140 Mitarbeiter insgesamt. Für die lebt er jetzt, für die geht er auch durchs Feuer, genauso wie er für uns hier immer durchs Feuer gegangen ist. Er ist ja wirklich akribisch, was das angeht. Er hat mir auch Vorträge über Wein, Eier, Fleisch und wirklich auch Käse gehalten. Ich muss nicht 500 Käsesorten kennen, sagt der Filialleiter, aber... Kennst du eine, Stani? Ich kenne einige, ja. Ich kenne Leerdammer, ich kenne Tilsitter. Ich bin ja eher derjenige, der ein bisschen das nicht ganz so scharf mag. Okay. Ich bin da eher der milde Typ, Richtung Butterkäse, aber wir werden vom Sortiment her da nochmal ordentlich draufpacken. Und egal welcher Käse, ein Glas Wein gehört ja gern dazu. Stani hat etwas für jeden Geschmack. Ich sage immer so schön, wir werden den Wein haben, der für 1,99 auch richtig in Schädel geht, aber wir werden dann auch eine Flasche dabei haben, die auch im dreistelligen Bereich kostet, für den exklusiven Kunden. Kenntnisse der Produkte sind genauso gefragt wie Motivationskünste, vergleichbar mit der Trainertätigkeit. Es gibt auch immer so ein paar Parallelen. Es geht darum, Mitarbeiter mitzunehmen, zu führen, ein Team aufzubauen, dass alles gut und reibungslos funktioniert. Und das ist im Fußball nichts anderes als in einem Supermarkt. Bei allem Supermarktengagement. Stani ist Fußballer durch und durch, ist natürlich weiterhin voll im Thema und kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank sehr gut vorstellen. Für mich ist die Spielklasse erstmal nicht das Entscheidende. Das heißt jetzt nicht nur, ich übernehme nur einen Bundesligisten oder ich mache nur einen topgeführten Zweitligisten, sondern die Ausrichtung des Klubs muss stimmen und die Vision, die man hat, das, was man gerne machen möchte, das ist eigentlich entscheidend. Am Wochenende bewies der Ex-Trainer, dass er nichts verlernt hat. Beim Abschiedsspiel von Fabian Boll und dessen Höllenhunden, eine Auswahl ehemaliger Kiezkicker, saß Stanislavski als Coach auf der Bank, schlug St. Paulis aktuelle Zweitliga-Elf deutlich und hat Blut geleckt. Insgesamt war es ein tolles Gefühl, hier unten mal wieder auf der Bank zu sitzen. Und ja, es hat gekribbelt, als man hier durch den Spielertunnel gegangen ist, hat es ein bisschen gekribbelt. Ganz, ganz viele tolle Momente sich durch den Kopf gehen lassen, die man hier im Stadion auch erlebt hat. Ich glaube, dass er an der Stelle bald wieder einen Verein finden wird, der zu ihm passt, wo er dann auch wieder erfolgreich arbeiten kann, so wie er es bei uns getan hat. Das Trainerkarussell dreht sich so schnell. Ich bin mir ganz sicher, dass Stani früher oder später wieder auf der Trainerbank sitzt. Vielleicht ja sogar am Millern-Tor, wo er immer noch vergöttert wird. Man soll ja niemals nie sagen, und das tut Stani auch nicht. Auch das ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann vielleicht, wenn es dann gewollt ist von den handelnden Personen, vielleicht auch beim FC St. Pauli wieder anfange. Das ist nicht ausgeschlossen. Erst einmal aber ist Supermarkt angesagt. Und das wird auch so bleiben, egal was kommt. Ich werde immer hier Inhaber von diesem Laden bleiben, weil das haben wir angefangen. Und dementsprechend bringen wir es dann auch irgendwann mal zu Ende. Und wenn ich mit 67 in Rente gehen muss, dann habe ich noch 22 Jahre vor mir und so, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun. 14 Tage bleibt Stani's neue Heimat wegen des von ihm geplanten Umbaus geschlossen. Ende Oktober dann die mit Spannung erwartete Neueröffnung. bis zum nächsten Mal.